Ich grüße euch sehr geehrte Zuschauer hier aus unserem Yoga Studio in Deggendorf. Ich möchte euch heute zu einer besonderen Veranstaltung einladen, die bereits nächsten Sonntag stattfinden wird am 20. Dezember. Angelehnt ist es ein bisschen an das Yoga Camp, weil der Tagesablauf genauso aussehen wird, wie ihr ihn aus dem Yoga Camp auch kennt. Da wir uns leider nicht treffen können, weil alle Großveranstaltungen abgesagt werden, habe ich mich dazu entschlossen, eine freie kostenlose Veranstaltung online für euch durchzuführen. Zur Wintersonnenwende am 21. gibt es eine sehr besondere Konstellation von Jupiter und Saturn, die es alle 400 Jahre gibt. Also es war das letzte Mal für 400 Jahre. Und wie ihr seht und versteht, passiert besonders in diesem Jahr sehr viel, sehr viele Veränderungen. Manche haben auch bestimmte schwierige Zeiten durchleben müssen. Manche Esoterik-Astrologen sagen, dass wir in ein neues Zeitalter somit übergehen. Wie dem auch sei, ich möchte mit euch gemeinsam Yoga praktizieren, meine Yogalehre auch vorstellen, die ihr vielleicht noch nicht so kennt und gemeinsam eine positive, gute Energie aufzubauen, uns gemeinsam auf diesen Übergang vorzubereiten. Merkt euch diesen Tag vor. Am Ende des Videos werde ich das genaue Programm mit den Themen und den Zeiten einblenden. Verpasst diese Möglichkeit nicht, seid dabei, schaltet ein hier bei uns auf unserem YouTube-Kanal Yogaschule Minz. Bis bald!